Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail die Märkte und es gibt ein Update zu drei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit einer umfangreichen Detailanalyse zu NVIDIA sowie Updates zu Block und Carvana. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen die heutige Marktanalyse bei den Rohstoffen und schauen zuerst auf WCI Crude Oil. Da gab es am Dienstag ja einen Dip unter diesen Aufwärtstrend auf die 20-Tage-Linie. Da haben wir auch im Video darüber gesprochen und auf dem Discord habe ich natürlich auch für die Mitglieder geschrieben. 20-Tage-Linie kann hier zum Support werden und wurde, man muss wirklich sagen, beeindruckend hier zum Support. Nicht nur das, der Ölpreis handelt jetzt auch wieder über der 200-Tage-Linie und der Ölpreis hatte jetzt hier auch zuletzt Herzlinien-Support in diesem Trendkanal und natürlich jetzt auch entsprechend eine Bärenfalle im Chart. Lokaler Widerstand ist nach wie vor intakt zwischen 78 und 80 US-Dollar. Wenn er hier allerdings ausbrechen sollte, der Ölpreis, dann müssen wir mindestens mit einer Rallye rechnen hier in dem Bereich. Meiner Meinung nach um 80,80 bis 81,30 Dollar und wir wissen, dass uns Herzlinien-Support grundsätzlich auch eine Chance anzeigt, aus einem Kanal auszubrechen und dann müsste ich das Ziel nach oben schrauben in Richtung 83 bis 85 US-Dollar. Wir wissen, dass eine Öl-Rallye dann auch gerne den Dollar ein bisschen nach oben schraubt und eben entsprechend auch am Zinsmarkt für Volatilität sorgen kann, weil das natürlich die Inflationserwartung ein bisschen nach oben schrauben kann. Also seid hier mal ein bisschen vorsichtig, möglicherweise pünktlich zur saisonalen Schwäche bei den Märkten jetzt hier ein starker Ölpreis. Das müssen wir ganz genau beobachten. Entwarnung geben für den Ölpreis können wir erst, wenn hier wirklich sich wieder bestätigt, dass dieser Bereich Widerstand bleibt und der Ölpreis sich dann verabschiedet. Nicht nur unter die 200-Tage-Linie, sondern auch unter die Herzlinie und hier vor allen Dingen unter die 20-Tage-Linie und in Richtung Support von dem Trendkanalfeld. Wir kommen zu den Natural Gas Futures und die Dippen vom gestrigen Tageshoch sind wir aktuell bereits 7% unter Druck. Man muss dazu sagen, nachdem wir hier im Bereich des 161er Extensions auf den Boden hingewiesen haben, haben wir durchaus auch zuletzt darüber gesprochen, dass hier im Rahmen der Golden Zone Widerstand auftreten kann. Wir sehen jetzt direkt am 38er Fibonacci Widerstand. Das müssen wir ganz genau beobachten. Ich hatte es heute auch schon auf dem Discord für die Mitglieder geschrieben bei der Rohstoffanalyse. Ungernkurse unter 1,67 bis 1,65. Dieser Aufwärtstrend sollte intakt bleiben. Den Dip hatten wir aber durchaus auf dem Schirm. Hier sitzt ihr auch in der Projektion eingezeichnet. Spielt sich aktuell herrlich aus. Impulskorrektiv. Diesen Bereich ums 23er Fibonacci, dieser letzten Downside, sollte der Gaspreis halten. Und dann können wir nochmal mit einem Impuls rechnen in Richtung 1,84 bis 1,92. Und mit Stop unter den 1,64. Wenn er uns hier noch ein bisschen runterkommt, könnte man hier das Ganze im Rahmen von dem Aufwärtstrend möglicherweise sogar nochmal zur Longseite probieren. Muss aber auch auf dem Schirm haben, dass das Ganze hier natürlich ein Impuls war. Jetzt durchaus zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir hier durchbrechen sollten, schwache Gegenbewegung. Und dann kann sich hier jederzeit auch nochmal ein Impuls anreihen. Deswegen seid vorsichtig und habt das wirklich auf dem Schirm, dieser Aufwärtstrend hier seit dem Tief vom Montag. Der sollte jetzt wirklich halten. Wir kommen zum Goldpreis und der hat heute mit der letzten 8 Stunden Kerze hier oben das Ziel abgeholt. Darüber haben wir in den letzten Tagen gesprochen, wenn sich hier aus dieser Bodenbildung eine Rallye ergeben sollte. Fibonacci angezeichnet. 38er, 50er, 61er. Fibonacci erinnert euch 2035 US-Dollar Kursziel. Und die letzte 8 Stunden Kerze hatte hier am Hoch ganz genau 2034 US-Dollar und 95 Cent Kursziel getroffen. Und das müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Wenn das Ganze hier wirklich bullish bleiben soll für den Goldpreis, dann möchte ich keine Kurse mehr sehen. Und wir sehen es aktuell auch. Der Dip aktuell wird jetzt hier gekauft vom Markt. Keine Kurse unter 2019, tiefstens 2015. Das müsste aber wirklich aggressiv gekauft werden. Und vor allen Dingen, wenn wir dann hier aus der Golden Pocket ausbrechen sollten. Also 2035 bis 2037 US-Dollar, 61, 65 Fibonacci, dann 78er, 88er Fibo. Und dann gibt es eben einen weiteren Test hier von diesen Tops, von der Zone im großen Fenster zwischen 2050 und im Extremfall 2065, 2070 US-Dollar. Wir kommen zum Bitcoin und da probieren es die Bullen jetzt den obersten aller denkbaren Supports zu verteidigen. Haben wir gestern darüber gesprochen, dass dieses Level hier halten kann. Und natürlich am Discord für die Mitglieder und werdet gerne Mitglied auf dem Discord für 499 gibt es täglich die Analysen zu den wichtigsten Märkten. Und mittlerweile auch sehr aktive Chats, weit über 600 aktive Mitglieder. Und haben wir gestern darüber gesprochen, dass hier oben dieser oberste Support ist im Bereich 50.700. Und wenn das halten kann, dann steht meiner Meinung nach ein Breakout hier kurz bevor. Aber dafür muss der Bitcoin wirklich dann auch die 53.000 rausnehmen. Dann gehen wir in Richtung 78er, 88er Fibonacci. Wenn das Ganze jetzt hier wirklich scheitern sollte, dann muss man langsam aber sicher sagen, alles klar, das war vielleicht hier ein bisschen zu früh, was die Bullen probiert haben. Und dann sehen wir eben den Pullback in Richtung 48.500, in Richtung Aufwärtstrend. Da drunter, vor allen Dingen, weil wir hier eben dann auch das ETF-Zulassungstopp, was hier klarer Widerstand war, danach eine 20% Korrektur getriggert hat, sollte hier gerne zum Support werden. Darunter muss ich sagen, vor allen Dingen auch unter der Herzlinie von unserem wunderbar respektierten Trendkanal, hat hier schon mal gehalten. Darunter möchte ich den Bitcoin eher nicht mehr sehen. Ansonsten müssen wir hier mindestens mit einer Korrektur rechnen in dem Bereich um 44.000 US-Dollar und sind dann auch im großen Bild das erste Mal nicht mehr so richtig überschneidungsfrei. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und damit kommen wir zum US-Dollar-Index, zu den Zinsen auf die Staatsanleihen und natürlich zum Volatilitätsindex, unsere Risikobarometer. Wir beginnen wie immer mit dem Dixi und da gab es heute eine interessante Preis-Action, das müssen wir ganz genau beobachten. Es gab einen kleinen Dip unter die 200-Tage-Linie, aber hier hat der Markt dann ordentlich zugepackt beim Dollar. Wir sind wieder über der 200-Tage-Linie, aber wir sind an diesem Abwärtstrend dran, der durchaus gut respektiert ist, sehr gut respektiert sogar. Und wir haben nach wie vor jetzt hier das Bild, dass wir durch diesen Trendkanal durchgebrochen sind und man könnte hier auch argumentieren, na klar, wir testen den ja aktuell auch als Widerstand. Ja, ist möglich, aber dafür brauche ich hier Schwäche beim Dollar, was jetzt hier durchaus kritisch wäre und was meiner Meinung nach auch einen echten Short-Squeeze triggern könnte. Wir haben gesehen zuletzt, wie der Dollar squeezen kann und vor allen Dingen eben, wenn er dann wichtige Levels trifft und gekauft wird. Was einen Short-Squeeze triggern würde beim Dollar und das würde die Märkte den Bitcoin und Gold unter Druck setzen. Das wäre, wenn er jetzt von hier wirklich stark bleibt und nicht nur ausbricht aus diesem Abwärtstrend, sondern hier zurückkommt in den Kanal, dann würde ich hier eine 50-70-prozentige Wahrscheinlichkeit auch sehen, dass er hier ausbricht aus diesen Tops. Und darüber haben wir vor Wochen schon gesprochen. Ein Dollar, der hier nochmal zurücklaufen würde, 78er, 88er, FIBO zu den Oktoberhochs, das würde die Märkte nochmal deutlich unter Druck setzen. Und dann eben auch saisonal passend, möglicherweise in den kommenden Wochen hier für Volatilität sorgen wir, wenn wir bullish sein wollen, weiterhin auf die Märkte, wollen hier sehen, dass dieser Abwärtstrend intakt bleibt und dass der Dollar jetzt hier an dem Channel scheitert. Dann Target zuerst bei der 50-Tage-Linie bei 103 und wenn wir da drunter brechen, dann gehen wir in Richtung Melt-Up bei den Märkten, weil dann kollabiert der Dollar hier in Richtung der Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben zum Jahreswechsel. Und nicht nur der Dollar macht es aktuell spannend, gleichzeitig sehen wir auch hier weiterhin Stärke bei den Zinsen. Wir sehen einen ganz klaren Trend aus steigenden Tiefs und vor allen Dingen hält hier auch gerade wunderbar die 20er-Linie im 8-Stunden-Charts, was die Yields angeht. Wichtig, wir haben heute schon mal kurz drüber geschaut über die 4,33 Prozent, das ist hier ein wichtiges Level, keine Frage, auch wenn wir diese aufwärtsgerichtete Trendlinie haben, die uns hier irgendwo Widerstand bietet, aber dann schlängeln sie sich halt hier hoch in Richtung 4,4 oder im Extremfall, wenn wir auch beim Dollar einen Melt-Up sehen sollten, brechen eben aus in Richtung 4,5 und da brauchen wir nicht drüber reden. Das setzt die Märkte dann weiter unter Druck, auch vor allen Dingen die aktuelle 8-Stunden-Kerze zeigt uns hier ein Wick an der Unterseite. Das riecht hier so ein bisschen nach Breakout, weil wir hier auch ganz klar eben die Struktur sehen von dem aufsteigenden Dreieck, horizontaler Widerstand bei steigenden Tiefs. Und hab hier ganz klar deine Preissalarme drüber, wenn die Zinsen hier ausbrechen sollten in Richtung 4,4, im Extremfall 4,5 Prozent, dann wird es volatil am Markt. Zum jetzigen Zeitpunkt, vor allen Dingen auch auf 8 Stunden Schlusskurs, wir sehen es mit der letzten Kerze, die hat drüber geschaut und genau drunter geschlossen, sind diese 4,33 Prozent noch intakt als Widerstand. Und damit kommen wir zum Volatilitätsindex und den schauen wir uns jetzt hier mal in der aktuellen Preis-Action an. Das ist nämlich grundsätzlich interessant, allerdings brauchen wir dann jetzt ganz klares Follow-Through, denn wir sehen hier beim WIX potenziell ein Island-Reversal-Gap. Von Freitag auf Montag sind wir nach oben gegappt, beziehungsweise auf Dienstag, Montag war Feiertag, dann Mittwoch hohe Preis-Action und jetzt von gestern auf heute sind wir nach unten gegappt. Gap nach oben, Gap nach unten, potenzielles Island-Reversal-Gap. Würde uns sogar potenziell sogar deutlich mehr Downside anzeigen. Ist gerne ein Trend-Wende-Pattern, aber dafür braucht es Follow-Through, denn wenn wir hier entsprechend jetzt weiter an steigenden Tiefs bauen und das macht der WIX aktuell und das müssen wir einfach respektieren, wenn wir den Markt handeln, den wir sehen. Wir sehen steigende Tiefs beim Volatilitätsindex, die jetzt aktuell sogar ihr Tempo beschleunigen. Über 14,5 und vor allen Dingen über 15,8 gibt es ein Shortsquiz beim WIX und das bedeutet große Volatilität an den Märkten, Korrektur an den Märkten. Wichtig ist aber auch dieses Signal, was wir jetzt hier im Chart haben, das werden wir nicht ignorieren, vor allen Dingen, weil der WIX jetzt auch, nachdem er über die 200-Tage-Linie ausgebrochen war, wieder drunter gebrochen ist. Solange der hier, das lassen wir jetzt auch in den Tagen drin, sich unter dieser Zone aufhält, ist es ein Signal, dass er sich eher sogar nochmal nach unten schraubt in Richtung 13,5, in Richtung 12,7. Richtig, richtig bullisch für die Märkte wäre diese Bewegung, wenn er zurückfallen würde unter diesen Abwärtstrend und entsprechend dann auch neue Tiefs macht, keine Frage. Also hab's mal auf dem Schirm. Grundsätzlich sehen wir jetzt hier ein bearisches Signal beim WIX, was für die Märkte bullish wäre. Dafür brauche ich jetzt hier aber ganz klar eine Fortsetzung, also weiter deutlich fallende Volatilität. Und damit kommen wir zum S&P 500 und wir hatten heute bei der Nvidia-Analyse schon darüber gesprochen. Gestern gab es im Rahmen der Nvidia-Zahlen vom Tief ans Top der Kerze einen Squeeze von 1,2% oder knapp 600 Milliarden US-Dollar, knapp 220 Milliarden US-Dollar hat Nvidia draufgepackt. Oder in etwa die Marktkapitalisierung von McDonalds. Absolut unglaublich. Schaut euch definitiv auch das heutige Aktienvideo an. Einige Grafiken und Makrodaten auch unter anderem zu Nvidia mit dabei. Und natürlich auch die entsprechende Chart-Analyse. Allzeit hoch. S&P 500 hat's wieder geschafft. Ist ausgebrochen aus den 5050 Punkten. Gestern darüber gesprochen, das müsste übergeordnet das Ziel sein für einen Breakout. Und auch, worüber wir gesprochen haben, dass der Breakout aus diesem Abwärtstrend vermutlich das nächste Kaufsignal ist. Und beides ist entsprechend eingetreten. Wir sehen auch, wo die gestrige 4-Stunden-Kerze, die von 20 Uhr Widerstand gesehen hat. Und zwar genau bei dem 61er-Fibur der Korrektur. Was hat gehalten? Die 20-Tage-Linie. Technisch im S&P 500 macht das schon Sinn. Und dann sehen wir hier eben entsprechend den Breakout aus der Golden Pocket. Und seitdem gab's für den Markt hier absolut kein Halten mehr. Vom gestrigen Tagestief im Rahmen der Earnings gab's jetzt mittlerweile die Rally um 2,5 Prozent. Wahnsinn! Und die Zielzone nach oben. Hier haben wir zwei Rücksetzer im Chart. Zwei Ranges im Chart. Und deswegen auch zwei kleine Zielzonen. Einmal sehen wir hier vom größeren Rücksetzer vom 12. Februar runter auf den 13. Februar. Das ist hier oben dann das 141er bis 161er. Da werden sogar Targets denkbar bis 5.130. Die Zielzone aus dem aktuellsten Rücksetzer, wo wir hier auch den Abwärtstrend eingezeichnet haben. Da haben wir jetzt bereits die 127 erreicht. Das waren die 5.069. Kann sich jederzeit noch fortsetzen, dieser Squeeze in Richtung 5.080 bis 5.100 Punkte. Das wäre dann das 161er-Extension. Und was die Bullen jetzt hier bewerkstelligen müssten, um hier wirklich dann möglicherweise sogar eine große Fortsetzung der gesamten Rallye zu triggern, das wäre, wenn wir jetzt nach diesem Impuls, wo auch immer der sein Ende findet, kann hier vorbei sein am 141er, am 161er, oder wirklich erst hier oben am großen 161er bei 5.120 wackelig runterkommen. Und wenn er dann die 5.050 als Support bestätigen sollte, dann muss man damit rechnen, dass wir im nächsten Schritt sogar in Richtung 5.180 bis 5.200 Punkte gehen. Wenn er uns jetzt aus diesem Impuls wieder drunter fallen sollte unter die 5.050 Punkte, dann müssen wir nochmal mit einem Pullback rechnen. Und diese Range, die wir zuletzt bespielt haben, die geht zwischen 4.920 und 4.950. Und dann würde ich aber auch mal sagen, ist langsam aber sicher ein Backtest drin von diesem Aufwärtstrend seit den Dezember-Tiefs. Und erst wenn der wirklich brechen sollte, dann reden wir über eine größere Korrektur in Richtung 4.800. Das wären die alten Allzeithochs aus 2021 oder eben runter in Richtung altes 88er Fibonacci. 4.668 Punkte. Also wie gesagt, Konterabwärtstrends einzeichnen. Das machen wir jetzt hier mal, wenn wir im größeren Bild sind. Und bitte auf dem Schirm haben wir, sind nach wie vor in einem Aufwärtstrend, in einem Bullenmarkt. Und da sind solche Konterabwärtstrends eben in der Regel die Brüche daraus, Kaufsignale. Und aktuell sehen wir es nicht nur, haben wir einen schönen Squeeze getriggert, sondern auch neu hoch. Und aktuell in der Zielzone, die wir erreicht haben, die sich hier noch erstreckt bis 5.100 Punkte. Die konservative Zielzone, wie gesagt, 5.130 Punkte wäre dann die etwas aggressivere. Und natürlich ist nicht nur der S&P 500 aus dem Abwärtstrend ausgebrochen, den wir zuletzt auf dem Schirm hatten, sondern auch der Nasdaq und wie. Und vor allen Dingen auch das Level, was der Nasdaq getestet hatte. Wir waren hier so ein bisschen überverkauft. Wir haben darüber gesprochen, der Support beim 38er Fibonacci, das unterschätzt man nicht. Das sind die 17.330 Punkte. Und genau da hat es mit den Earnings einen kleinen Dip reingegeben. Und hier hat der Markt dann zugegriffen beim Nasdaq. War sogar vom Tief ans Top eine 2% Rallye drin. Und vom Tief, was wir gestern noch gesehen haben, an die aktuellen Levels 3,8%. Das ist Wahnsinn, was hier passiert am Markt. Das muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Wir sind heute mit der 4-Stunden-Kerze in der Nacht um 0 Uhr dann ausgebrochen. Auch aus den 17.668. Das ist dieser horizontale Widerstand, den wir bespielt hatten seit Januar. Und haben jetzt hier natürlich auch die Golden Pocket rausgenommen. Heute, als ich auf dem Discord die Analyse geschrieben hatte, waren wir gerade hier auf dem Weg zum 78er, 88er Fibonacci. Und hier diesem etwas flacheren Aufwärtstrend. Weil wir wissen, der Nasdaq hat noch kein neues Allzeit hochgemacht. Aber wir sehen es auch, die Preis-Action. Das ist Wahnsinn, was wir sehen. Das ist so bullish. Das ist hier irre, muss man fast schon sagen. Breakout aus diesem Abwärtstrend. Jetzt auch Breakout hier aus dem 88er Fibonacci. Dieses Rücksetzers. Horizontalen Deckel draufsetzen. Hier, da sind wir jetzt ganz genau angekommen beim letzten Verlaufshoch. Und das Allzeithoch sehen wir bei 18.000, so weit ist es noch nicht, und 39 Punkte. Und hier muss man jetzt aber davon ausgehen, dass es hier zumindest mal, das Hoch haben wir jetzt erreicht, wenn wir diese Levels rausnehmen, dann testen wir das Allzeithoch an. Und die Zielzone aus dem letzten Rücksetzer eben dann hier rauf ins 100. Da ist der S&P 500 schon, ist technisch ein bisschen stärker unterwegs als der Nasdaq aktuell. Und die Zielzone hier für neue Hochs werden dann natürlich auch Allzeithochs im Bereich von 18.140 bis 18.366 nicht mehr reinspringen jetzt in diesem Impuls. Versteht sich, denke ich von selber, wenn man hier wirklich, vor allen Dingen jetzt nicht unter diesen Widerständen, wer hier wirklich ein Breakout-Trader ist und ganz genau weiß, was er macht, der sollte meiner Meinung nach hier wirklich jetzt einen Breakout abwarten auf Allzeithochs, wenn er hier nicht schon längst mit im Markt ist. Weil wer hier wirklich aggressiv und Intraday tradet, der hat möglicherweise den Breakout mitgenommen oder dann diesen Breakout. und kann dann hier die Allzeithochs spielen und eben diese Rallye zwischen 18.040 rauf in Richtung 18.360 versuchen mitzugehen. Was wir jetzt nicht mehr sehen wollen aus aktueller Sicht, muss man auch ganz klar dazu sagen, wenn er jetzt hier schon mit Volldampf diesen flacheren Abwärtstrend rausnimmt, dann möchte man hier jetzt nicht mehr drunter fallen. Also für mich ab jetzt keine Kurse mehr beim Nasdaq unter 17.825, 17.820 hier in etwa. Damit kommen wir zu den Small Caps, zum Russell 2000 und der ziert sich noch ein bisschen. Passt mir bitte auf, das ist für mich ein kleines Warnsignal und auch ein Signal, dass wir beim Dollar und bei den Zinsen noch eben potenziell Stärke sind. Davor hat der Russell Angst und das merkt man hier auch, während der S&P 500 ja bereits neue Hochs macht, der Nasdaq ganz knapp davor ist, ist der Russell noch deutlich tiefer. Wenn wir es uns auf Basis vom Fibonacci anschauen, Rücksetzer abmessen, dann bricht er jetzt hier gerade mal aus aus dem 38er Fibu, ist auch nicht schlecht und vor allen Dingen, wo er ausbricht. Das sind ja diese 2008 Punkte, das ist ein wichtiges Level. Man sieht es jetzt hier auch, wir haben jetzt gerade ganz frisch vor wenigen Sekunden den 4-Stunden-Breakout getriggert aus dem 2008. Das ist bullish für den Russell 2000 jetzt, keine Frage. Dafür nochmal ein bisschen dippen in den Bereich 2008 bis 2000 Punkte. Dieses Level möchte ich nicht mehr gebrochen sehen und dann ist für mich hier die nächste Bewegung auch irgendwo vorprogrammiert, dass wir dann eben auch bei den Small Caps noch hinterher ziehen. Heute ein extrem technischer Tag für Big Tech, vor allen Dingen die Big Seven legen heute massiv zu. Morgen dann möglicherweise eine Rotation in den Russell wäre nicht das erste Mal wichtig. Keine Kurse mehr unter 2000 Punkte und ich bleibe hier ein bisschen konservativ. Target ist hier dann im Bereich zu sehen zwischen 2020 und 2030. Erst wenn wir hier wirklich sehen, okay, wir brechen auch im Russell aus der Golden Pocket, dann gibt es ein Shorts-Quiz in Richtung möglicherweise dann sogar übergeordnet 52 Wochenhochs. Und das Target wäre dann auch das Top von diesem Trendkanal, die wir zuletzt ja herrlich bespielt haben. Hier vor allen Dingen bei diesen letzten beiden Tops wunderbar. Und dann reden wir über 2080 Punkte in etwa. Wir kommen zum DAX und hier haben wir zuletzt gesprochen von so einer kleinen Love-Story, die sich aufbaut mit dieser Range hier zwischen 16.800 und 17.000 Punkte. Zuletzt haben wir hier zweimal herrlich den Support, vor allen Dingen hier diesen zweiten Support auf dem Schirm gehabt. Danach natürlich das Top der Range, was Widerstand war und es ist auch technisch. Schaut euch bitte den DAX an, der läuft hier seit Wochen, möchte fast sagen seit Monaten, unglaublich technisch. Auch wenn ihr ihn nicht handelt, wenn ihr euch für Charttechnik interessiert. Hier kann man so viel lernen und mitnehmen, was Widerstand war, wurde hier zum Support. Wir haben gestern noch darüber gesprochen. Passt mir ein bisschen auf hier in diesem Wahnsinn, passt mir ein bisschen auf zwischen dem 78er und 88er FIBO, mögliches Doppeltop, wenn dann muss er es rausnehmen. Was macht er? Vier Stunden Schlusskurs genau drüber über dem 88er FIBO mit der 20 Uhr Kerze hier und dann nochmal der Backtest dieser Zone zwischen dem 88er und seitdem gibt es kein Halten mehr über dem 88er FIBO und entsprechend dann bei einem Breakout aus den Hochs gehen dann entsprechend die Lehrverkäufer zum Sterben. Und wie? Wir hatten auch gestern darüber geredet, dass sich dieser erste Impuls dann entsprechend, Impuls korrektiv ans tief ansetzen, Impuls voll ausgeschöpft. Nicht nur sind wir hier durch die Zielzone durchgedonnert, sondern auch durchs 200er Extension. Und sogar das testet er jetzt hier aktuell als Support. Also der ist hier wirklich sehr, sehr bullisch unterwegs offensichtlich, war hier viel Verkaufsdruck drauf auf der 17.000er Marke. Und nachdem wir es hier jetzt als Support getestet haben, entlädt sich das Ganze jetzt. Hier springen wir definitiv nicht mehr hinterher. Es gab jetzt hier einen 85er, 4 Stunden RSI, der ist richtig heiß gelaufen. Der DAX ist jetzt voll in meiner mittelfristigen Zielzone. Und die langfristige Zielzone, die sich dann sogar bis 19.000 erstreckt, hat er jetzt fast auch schon erreicht. Die beginnt nämlich bei 17.500. Fibonacci-technisch sind wir jetzt hier aus dem 200er ausgebrochen. Die 261 wären hier noch die 17.488, 17.500 Punkte. Lasst aber diesen Impuls jetzt hier definitiv zu Ende gehen. Und wer dann wieder was machen möchte zur Long-Seite, der schaut sich sowas an. Er kommt halt nochmal runter, teste möglicherweise diese Levels hier dann im Rahmen von einem gewissen Pullback als Support, wo die wirklich Bullen jetzt den Kurs nicht mehr drunter sehen wollen. Dann ist unter 17.200 Punkte. Abschließend noch der Blick nach China. Und hier sehen wir seit dem 22. Januar, seit den Tiefs im Hang Seng Index, durchaus eine schöne Rallye. Ihr habt solche Dinge auf dem Schirm. Mittlerweile 14 Prozent angestiegen in genau einem Monat. Zum jetzigen Zeitpunkt 12,6 Prozent. Im Plus baut hier herrlich weiter ansteigenden, hochsteigenden Tiefs. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier sogar schon diesen Aufwärtstrend ein bisschen beschleunigen. Ja, zeichnen wir mal etwas steiler ein. Die Frage ist, ob er wirklich hält. Darf aber auch jederzeit nochmal auf den flacheren Aufwärtstrend hier runterkommen. Horizontale Widerstandszone haben wir gestern im Video darüber gesprochen. Heute haben wir sie eingezeichnet. Das ist ja dann der Bereich von 17.260. Das ist dieses Top vom 29. Dezember vom Jahreswechsel. Große, übergeordnete Zielzone allerdings, die ich dann erstmal auf dem Schirm habe. Das ist hier oben der Bereich um die 200-Tage-Linie, um die 18.000 Punkte. Und wie gesagt, das ist dann eben das große mittel- bis langfristige Target. Wenn er uns das hier zeigen sollte, dann können wir uns auf etwas freuen am chinesischen Aktienmarkt, wenn er diese Levels rausnimmt. Hang Seng, über 18.500, könnte einen gewaltigen Impuls nach oben freisetzen. Das müssen wir ganz klar auf dem Schirm haben. Darf hier auch jederzeit jetzt aber nochmal einen Pullback zeigen. Also dieser Aufwärtstrend, der ist jetzt hier zwar mal im Chart, aber der ist optional, nicht optional, nicht verhandelbar. Meiner Meinung nach ist dieser Aufwärtstrend, da möchte ich nicht mehr drunter brechen. Also ab sofort, nee, ein extrem wichtiges Level. Keine Kurse jetzt mehr unter 16.100. Das war jetzt hier so lang Widerstand. Das muss zum Support werden. Hier die 16.825, das ist auch ein extrem wichtiges, historisches Level. Schauen wir uns morgen wieder im großen Bild an. Da muss er raus, dann auf 17.260. Und wenn wir das rausnehmen, dann geht es wie gesagt in Richtung 18.000 Punkte. Nur, wie gesagt, unter 16.100 hat er jetzt nichts mehr verloren. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zu den Einzelaktien und wir beginnen mit Tesla. Die schwächelt ein bisschen, hält sich aber für den jetzigen Zeitpunkt voll, muss man sagen, an unsere Projektion. Das ist genau das, was wir auf dem Schirm hatten, dass wenn wir einmal die 206 hier oben erreicht haben, dass es dann durchaus volatil werden kann. Das ist ein potenziell extrem wichtiger Breakout, der auch einen relativ harten Shortsqueeze triggern könnte in Richtung 2,23, potenziell sogar 2,30 bis 2,40 US-Dollar. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sich die Aktie hier ein bisschen schwer tut, vor allen Dingen, weil ja wirklich auf dem EV-Sektor derzeit eine schlechte Nachricht und auch vor allen Dingen ein schlechtes Unternehmensergebnis. Das nächste jagt heute auch Rivian mit absoluten Katastrophenzahlen. Also man muss wirklich dazu sagen, hier ist Sentiment sehr, sehr negativ und dafür ist es eigentlich beeindruckend, dass Tesla hier herrlich an steigenden, hochsteigenden Tiefs arbeitet und das muss hier auch so bleiben. Gestern habe ich drüber gesprochen, naja komm, gib ihm bis hier unten Platz. Ne, ungern. Ich muss wirklich dazu sagen, dieser Trend sollte hier intakt bleiben. Wir wissen, dass wir hier in der Long-Position aktuell unterwegs sind, aber wirklich punktgenau seit den Tiefs zwischen 180 und 176 US-Dollar und hier das Risiko aktuell im EV-Bereich, da möchte ich definitiv mich bezahlen lassen dafür. Das heißt für mich keine Kurse jetzt mehr unter 188, unter 187 US-Dollar. Vor allen Dingen, wenn wir einen Tagesschlusskurs sehen unter der 20-Tage-Linie mit negativen Backtest, dann bin ich hier raus. Dann schaue ich mir das Ganze in den Tiefs nochmal an, muss ich klar dazu sagen, aber dann ist für mich auch durchaus Impuls korrektiv, Impuls auf dem Schirm und wir haben ja auch tiefer noch eine Zielzone, falls das Ganze sich wirklich hier bearish auflösen sollte. Derzeit muss man aber auch dazu sagen, es ist noch absolut nichts passiert. Wir haben den Aufwärtstrend, wenn wir wirklich die tiefsten Wicks im Stundenchart miteinander verbinden, ja noch nicht mal angetestet zum jetzigen Zeitpunkt. Also kein Grund zur Nervosität, vor allen Dingen über 188 US-Dollar. Da darf Tesla wirklich alles machen, volatil seitwärts gehen, dippen, drunter brechen darf sie mir nicht, aber sie dürfte mir hier so eine kleine Verletzung zeigen. Das wäre nochmal potenziell eine schöne Bärenfalle und richtig spannend wird es, wenn wir hier ein aufsteigendes Dreieck draus machen, also diese horizontale Zone bullisch auflösen. Dann gehen wir steil in Richtung 220 bis 240. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Supermicro Computer und die Aktie ist heute über 20% auch im Plus. Klassisches Sympathy Play, also du hast eine Aktie im Sektor, die sehr gut performt, in dem Fall jetzt Nvidia und die nimmt dann den Sektor mit nach oben und hier ist halt bei Supermicro viel Leerverkaufsdruck drauf gewesen und hier ein extremer Short-Squeeze. Ich möchte gerade nochmal an die letzte Analyse erinnern bei Supermicro Computer. Wir hatten die Zielzone im Extremfall ein bisschen tiefer noch auf dem Schirm, allerdings Beginn der Zielzone war hier im Bereich um die 700 US-Dollar Projektion eingezeichnet, über 750 müssen wir drüber und da kann sich der Squeeze entsprechend ausspielen. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit noch auf dem Schirm, allerdings war das beim letzten Mal auch so. Da hatten wir auch eine etwas längere Korrektur auf dem Schirm und Supermicro wurde halt einfach vom Markt jetzt extrem aggressiv gekauft. Man kann es nicht anders sagen, aber passt mir bitte auf, denn natürlich müssen wir jetzt hier vorsichtig sein, Rücksetzer abmessen und hier ganz genau schauen. Wir waren hier im 38er Fibo, also im Prinzip und von der ganz großen Rallye sogar im 50er Fibo. Also im Prinzip ist hier definitiv ein Rücksetzer passiert. Im Prinzip können wir jetzt hier davon ausgehen, wenn das Ganze hier nicht neu hochs macht, dann haben wir hier, keine Frage, Doppeltop-Gefahr und das wäre dann das Doppeltop hier runter vom Beginn dieser Rallye. Wenn sie jetzt hier uns nicht aus dem 78er und 88er Fibo ausbricht, dann könnte der nächste Impuls zur Downside durchaus ein bisschen aggressiver ausfallen. Das 78er Fibo wäre dann hier im Bereich 480, das 88er Fibo wäre dann sogar ein Pullback in Richtung 400 US-Dollar, der denkbar ist. Also habt es auf dem Schirm, wir springen jetzt hier eher nicht mehr hinterher. Dafür gab es die Analyse zuletzt bei Supermicro, wo wir darüber gesprochen haben. 700 bis etwa 650, 640 US-Dollar ist die Zielzone. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Bullish wäre jetzt hier jederzeit auch nochmal, Verzeihung, ein Backtest, wenn sie jetzt hier nochmal runterkommen sollte, in dem Bereich um die 880 bis 850 und dann eben ausbricht aus diesem bisherigen Hochs. Man muss ganz klar dazu sagen, ab sofort ist eher der Zeitpunkt für gewisse Gewinnmitnahmen gekommen. Wer jetzt hier das Tief gekauft hat bei dem Pullback, ist ja zum jetzigen Zeitpunkt auch schon wieder 37 bis 40% Impuls. Und achtet mir bitte hier ganz genau auf allen Dingen auch auf die 1000 US-Dollar Marke. Die ist hier genau zwischen dem 78er und 88er Fibonacci. Und das wäre der prädestinierte Ort hier für ein Doppeltop bei Supermicro. Wenn wir hier allerdings ausbrechen, nächste Zielzone nach oben, 1186 bis 1320 US-Dollar. Und während diejenigen, die Halbleiteraktien im Depot haben, jubeln, aktuell müssen sich PayPal-Anleger derzeit mit einem kleinen Plus von 1,3% auseinandersetzen. Und auch mit der Tatsache, dass PayPal hier noch nicht aus diesem lokalen Abwärtstrend, das jetzt hier schafft, auszubrechen. Und auch aktuell Widerstand findet bei der 100-Tage-Linie. Das Thema hatten wir schon mal im Dezember. Da gab es Widerstand, 100-Tage-Linie danach allerdings durchaus auch Support. Kleiner Squeeze war hier die Folge. Beobachtet das mir hier ganz genau. Die läuft derzeit bei 58,50 Dollar. Und das ist auch interessant. Das ist nämlich hier vom Pullback auch gleichzeitig das 23er Fibonacci. Wenn wir hier ausbrechen, dann Ziel im Bereich. Allerdings ist das hier eine Widerstandszone. 60,50 Dollar. Erst wenn wir die 60,50 Dollar rausnehmen und vor allen Dingen die 61,70 Dollar, dann sind wir wieder über der 200-Tage-Linie. Und dann sind wir bei 64 bis 66 US-Dollar. Richtig großbullisch. Witzig erst, wenn sich hier die 70 Dollar oben rausnehmen. Und deswegen müssen wir hier nach wie vor jetzt eben ganz genau auch auf die kurzfristige Preis-Action achten bei PayPal. Und ich hatte hier gestern, man sieht es eingezeichnet, mal diese kleine Harmonik ins Spiel gebracht. Wenn sie jetzt hier abprallen sollte an dem Abwärtstrend, dann müssen wir genau darauf achten. Weil dann ist mein Ziel hier unten die 56,50 Dollar. Dieses Tief vom 17. Januar. Das wäre hier das 88er Fibonacci. Und das darf dann sehr, sehr gerne halten, weil wir hier nach wie vor am 61er Fibonacci sind von diesem ersten größeren Impuls. Wenn wir da drunter brechen, haben wir auch zuletzt besprochen, dann gibt es eben hier entsprechend den Doppelboden bei PayPal, der dann halten muss. Ansonsten haben wir natürlich die Zielzone um und bei 45 US-Dollar auf dem Schirm. Also PayPal tut sich hier aktuell schwer, kämpft mit dem Abwärtstrend. Heute Abend gibt es hier aus dem Sektor Zahlen mit Block. Bin gespannt, ob die hier auch einen Impuls reinbringen. Bei PayPal wichtig wären hier Kurse von über 58 US-Dollar, um dann hier wirklich möglicherweise dann nochmal den Breakout zu triggern. Und ganz entscheidend wichtig wären eben wieder Kurse über der 200-Tage-Linie. Dann sehen wir Impuls, Korrektiv. Das ist noch nicht vom Tisch dieses Szenario Impuls. Und das Target wäre dann hier oben eben im Bereich 72 bis 76. Und das wäre ein Segen für die Aktie, weil das eine ganz große Wahrscheinlichkeit dann geben würde, dass hier unten nicht nur der Boden war, sondern dass wir dann hier wirklich so eine größere inverse Schulterkopf-Schulter-Formation gerade bauen. Dafür darf sie aber sehr, sehr gerne hier oben eben ausbrechen. und dann vor allen Dingen auch über 70 US-Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.